3, 2, 1 Pädagogisches Salon, herzlich willkommen hier in der Pädagogenzentrale Wie ihr seht, sind wir mitten in der Pampa Das liegt daran, dass der liebe Santro Nein Santro mich gekillt hat vorhin Sonst würden wir jetzt vor einem coolen Hogwarts stehen Ich würde sagen, ich versuche den Schnipstrick mal Vielleicht kommen wir dann tatsächlich noch nach Hogwarts 3, 2, 1 Kann mich mehr im... Ah Ich würde sagen, wir spielen heute eine Runde Blockhand und das kann ich natürlich nicht allein machen Deswegen Ja, sind da 3 komische Typen dabei, weil die Irgendwie ihren Fame haben wollten Mit dabei ist da Der heulende im Actrices, guten Tag Nein, nein, nein Ich friss mein Brot Der wundervolle GNSG Hi Und Nickel Hi Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es los geht Die Ne Karte Die Das war so ein vorgegebener Schrei. Ja, Sandro, soll ich mal Boom machen? Mach mal Boom. Scheiße, das ist halt zu auffällig. Das war so auffällig, Tobi. Das ist halt zu auffällig, Mann. Ich habe noch nie mal Items, dass ich mich verteidigen könnte. Ach, bist du ein Lappen. Jetzt bin ich tot, jetzt bin ich so aus dem Tod. C-O-C-Oi. Oi. C-O-C-Oi. Warum C? Das heißt eigentlich TNT. Ich weiß, aber egal. Jetzt bin ich tot. Nee, das ist live is live, Sandro. Echt? Ja. Das ist an der All. Get down. Get down. Get down. Nee, besser was, spiel lieber jump down. Jump down. Okay. Okay. Ja, also ihr übrigens, ihr könnt doch bei den anderen die Folgen abchecken. Die sind definitiv auch unten verlinkt. Denn die haben nacheinander auch eine Folge hochgeladen. Und ich würde sagen, wir verpissen uns einfach mal, weil gerade der Italiener hier aufgetaucht ist. Hi. Warum? Ich hätte dich jetzt nicht erkannt, mein Freund. Hättest du. Wie geht's uns? Ja, Thomas. Thomas, ich hab dich gesehen. Hi. Hi. Ich werd grad gefolgt. Sorry, ich muss grad ein bisschen weglaufen. Ich werd grad gefolgt. Ich werd grad gefolgt. Ja. Du bist doch Polizei. Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Polizei kommt. Du wechselst Straßenseite. Hast du ein Sandruck kaputt, kommt 25 neue. Warte mal, wir sind so versteckt. Nick. Nickel. Der Ausbender kann sich ja dem am besten verstecken. Nick. Ja? Ich hätte hier ein laktosefreies Kekschen für dich. Laktosefrei? Wer will ich denn? Laktosefrei. Weiß ich nicht. Ohne Lack. Ich hätte auch Schlüssel für dich. Ich komm raus. Nein. Komm raus jetzt. Nein. Komm. Also die Fackel ist so auffällig. Ich weiß nicht. Ja, der ist zu dünn. Meinst du, Nick hat eine schlanke Linie jetzt? Von Nick ist fast alles nicht sichtbar. Nur ein Teil ist sichtbar. Das ist die Fackel. Nein. 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 Oder hat Nick Warzen gekriegt und es rot geworden? Nein. Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Er sieht nicht so aus wie du. Was ist es mit dir? Nicht mehr alle da. Kommt ein Italiener um die Eck und fängt an, dummen Spruch zu robben oder was? Man fühlt sich dabei noch witzig. So, was steht denn hier? Map edit by Basti, Aldi und Emily. Ah, übrigens die I love Blixel. Ne? Blixel, ja. Blixel war es. Pixel, Pixel. Pixel, Pixel. Die netten Pixel-Menschen haben die Map umgebaut. Das war ein bisschen eingerechnet, weil die ist eigentlich komplett hohl. Da ist sonst nichts drin. Und deswegen vielen, vielen Dank nochmal an die Leute. Ja, ja. Und jetzt kill mir ein paar andere. Du, du weißt, dass du jetzt gerade dein Versteckverdaten hast, oder? Ich bin doch gar nicht mehr versteckt. Oh. Dann war es der Nitzel. Nitzel! Ja? Komm mal raus jetzt. Reicht jetzt. Nö. Reicht jetzt. Komm raus jetzt. Nick, Nick, mach mal Boom. Boom. Nein, weil ihr schaut genau in meine Richtung gerade. Nick, mach mal Boom. Komm mal Boom. Boom. Boom 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 Boom. Ah, ich seh, der unten ist er da. Aha, dann rennt er. Nick, I have you found. Warte, ich will noch Städtigkeitstrank ein. Ah! Ja! Yeah! Bye, bye, bye. Ich hätte campen sollen. Ja, hätte, 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 Fahrradkette. Oh, le, oh, le. So, ich würde sagen, wir starten gar nicht, wir fackeln gar nicht, wir starten direkt mit der zweiten Runde. Thomas. Habe ich eigentlich meinen Kultziel noch? Nein. Nö. Nö. Du musst übrigens Start eingeben. Ja, du musst Start eingeben. Oh, man. Okay. Was ist denn das jetzt? Nein. Ich bin das schönste Geschöpf von allen. It's beautiful. Nein, 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 nein. Hoffentlich zieh mich Thomas jetzt nicht. Feist, ich hab verkackt. Warum? Oh, ich hab's gerade noch geschafft. Bist du Italiener und hast du jetzt festgestellt? Ja. Alter, als ob Thomas direkt neben mir ist. Ich spoiler zu viel. Ich spoiler viel zu viel. Nein. Thomas. Low crowd, jetzt zähl nicht. Thomas. Jawohl. Was ein Noob, Leute. Dies geht Dreck. So. Ja. Du hast garantiert gesehen, Tobi, was die anderen für die Blöcke sind. du hart verkackt hast. Ich hab da auf die Blöcke gehauen. Als ob du gerade so hart verkackt hast, Thomas. Ich hab da auf die Blöcke gehauen. Thomas, du hast gerade. Oh, der Roman hat einen Boom gemacht. Richtig. Nee, Sandro, ernsthaft, also war ich bei dir gerade in der Nähe. Du warst gerade quasi. Ah, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was, ich war in dir. One hit. One hit. Nee, ja, neben mir halt. Oh, ich hab ihn. Das ist voll unfair. Ich weiß nicht, wie ich an diese eine Stelle komme, wo ich eigentlich hin wollte von Anfang an. Ach so, die, wo ich vorhin abgehauen bin, die ganze Zeit. Moment, Sandro. Sandro, mach mal Boom. Tod auch gegruppenzwängt. Gegruppenzwängt? Mach mal Boom. Ach, da oben. In der Schule ist er. Ah, ich weiß, wo er ist. Verpiesel dich. Das Problem ist. Halt. Ich war auch von einer Block. Nein, Sandro. Wir kriegen dich. Alter, ich hab den Block jetzt einfach abgebräut, das scheiß Ding. Leute, ich bin heute auf dem Map. Du bist hässlich. Ja, Tobi. Guck mal. Jawoll. Guck mal, hier oben bin ich. Hi. Du scheiß Bagger. Hab. Ja, stimmt. Rumbagge. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lange. Neue Runde. Wer muss eingeben? Sandro muss eingeben, oder? Sandro muss eingeben. Sandro muss eingeben. HS. Heiden Sieg. Heiden Sieg. HS. 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 Ja, alles klar. Schon wieder. Sowas finde ich gemein. Mann. Wer sucht? Ich. Sandro. Ah, perfekt. Ich verstecke mich extra für Sandro Linschen. Sandro Linschen? Okay. Sandro Linschen, wie schwul ist das denn? Sandro Linschen, ja. Hey, guck mal, Notenblock. Ich hab' ich grad gesehen. Grüße gehen raus an Monsieur Dalton. Was? You may not disguise your fuck. Ja, das ist es nämlich, es gibt Flacke, wo du nicht disguise'n kannst. Ah. Jetzt hab ich Mujuf aufs Deck. Ah, ne, warte, ne, doch nicht. Alter, ich denke, ey, wieso findet jeder diese Scheibenstecks? Alter, ich wusste, ich wusste das. Ne, du wusstest es gar nicht. Lüg nicht. Alter, was hast du für ein Cheater-Hacks hier? Geh mal weg hier, geh mal wieder zurück in deine Pizzarei. Mann, Sandro. Kommt, Uwe. Na, der hat einen Speedtrack. Genau, jetzt glaube ich, hat es hackt. Ich hab ihn nicht getrunken, deswegen. Leute, helft mir. Nö. Wie? Nö. Rekt doch. Ja. 10% für das Kipp. Jetzt wollen wir doch Krönstammeln. Oh ja, gute Idee. Ja, da ist er. Get down, get down, get moving on the ground. Irgendwo hier hat jemand einen Trank getrunken. Ja, ich hatte einen Cola. Jetzt der Final Countdown. Das warst du nicht gut? Mich findet ihr eh nicht, ihr Lappen. Ja, ist so. Ich wurde gekickt. Hä? Was? Hahahaha. Ich wurde gekickt. Hacker, Hacker. Hacker werden hier stets schnell reportet. Nee. Mann, ich wurde gekickt. Opfer. Noob. Ich bin ein Block, der für uns beide ganz gut passt. Also muss ich nicht blocken. Ähm. Ja. Rettungsplattform. Hahahaha. 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 Rettungsplattform? Alter, was denkt, ich fang dich doch nicht auf, wenn du runterfällst? Komms freck nicht. Ich lass dich fallen. Der war miesen. Hahahaha. Ah, Sandro, soll ich dir einen Tipp geben? Nö. Nicht? Es hat Boom gemacht. Sandro, du hast meine Mails geschlagen, aber nicht mich. Hahahaha. Nö. Ich mach mal ein bisschen Eigenwerbung, ne? Abonniert mich. Ja. Also ich sehe, ich sehe Sandro unten rumlaufen. Das Problem ist, dass er halt am Faltenende läuft. Ist so. Und ich hab nur noch einen Coin, das ist scheiße. Aber wie kann man mit den Coins, was kann man mit Coins machen? Äh, Shop. Ist am Anfang, wo du den Shop eigentlich hast. Ach so. Das nutzen wir nicht. Ja genau, wir nutzen den Shop ja nicht. Den nutzen wir. Ja, warum machen wir das? Das machen wir einfach nur, um Tipps zu geben, ne? Das ist cool einfach. Ach komm, ich lauf ihm mal ein bisschen entgegen. Warte, ich mach das bei einer Minute. Im Moment bin ich es gerade noch ein bisschen zu amüsant, jetzt hier wegzulaufen. Oh, das ist siedig. Hey, ist das out of map? Nein. Ach, da waren wir noch gar nicht. Hi Sandro. Hi Sandro. Hahahaha. Ey, was soll denn das? Hä, da kommt man nicht mal hoch? Doch. Nö. Da kommst du auch doch. Nö. Du musst unten lang latschen. Oh, nee, guck mal, du hast ein schlechtes Nebenversteck ever. Ey, ich weiß, ich fand auch nicht da, wo diese, ähm, wo die Endschlagen sind. Ich mach's anders, ich mach's anders, guck. Zack. Aha. Stemp ist, stemp ist. Hahaha. Sandro ist groß. Guck mal, Tobi. Ey. Alles klar. Hacker. Blöde Kuh. Alles klar. Nee. Nein. Nein. Nein, du Arschloch. Arschloch. Du bist da. Ja, ich hasse dich. Ich, ich verbrenne dein Dorf. Wupp. Wupp, wupp. Gucken, ob der selbe Dreck wieder funktioniert beim letzten Mal. Nein, ich komm nicht schnell genug dahinter. Verdammt. Thomas hab ich noch bekommen. Ey, das war echt gemein. Ja? Nö. Nö, nö. Ich fand das gut. So. Äh, noch einer mit D. Der Nickel. Hi. Nein. Ja, schade. Hätte ja noch gedacht. Ich hab gewonnen. Ja. Alles klar. Nick, eigentlich hast du verloren. Nur deine Mutter hat uns bezahlt dafür, dass du denkst, dass du gewonnen hast. Okay, ich würde sagen, eine Runde geht noch. Das ist die letzte. Ah, fuck you. Fuck you, Romile. I know I can read you better than you can. And I've been running you better than you can. Und sogar ein Noob deserves, äh, Nickel-Fan. Oh. Nein. Hello, Darkness, my old friends. Niemand redet mit dir again. I can't do it again. I can't do it again. So, Leute. Gib mal Piep. Soll ich mal Boom machen? Na. Hey. Oh mein Gott, wer war das? Nee. Nee. Du wusstest doch, dass es italiener war. Nee, halt. Sag doch mal. Ich war nicht mal in der Runde. Ahahahahaha. Nee, mit dir suche ich jetzt nicht. Ich lass mich einfach verlieren. Okay, äh. Wird schon relativ East sein, ihn verlieren zu lassen. Hey, Nick. Ich seh dich. Hi, Sandro. Wer schluckt? Wer schluckt? Ich seh dich. Sandro, wink mal von unten. Nee, ich bin gar beschäftigt. Warte. Ich glaub, er muss sich gleich ritzen. Er gibt gleich eins. Slash kill. Kill der Nickel. Viel besser. Nick, wo bist du denn? Hä, ich, du kannst dich nicht töten. Das weißt du. Wo bist du? Ähm, 500 minus 333. Ah, alles klar. Ich bin Harry Potter. Macht das Schaden? Nein. Hä? Hey. 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 Okay, jetzt kann ich ja wieder Game Mode Null gehen. Ja, warte ich auch gleich. Moment. Hä? Du bist ein Sack. Tobi, Tobi. Wo bist du? Du bist versteckt. Ich bin. Ich bin versteckt, ja. Ich seh dich doch. Ich hab dich gesehen. Ey. Wo ist er? Nein. Hallo. Du findest es, bevor es euer liegt. Wo ist es? Nein. Ich spiele heute Game Mode Titan Seek. Hahahaha. 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 Warte, warte, stopp, nicht killen. Stopp, 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 bevor du mich killst. Ich werde es ausprobieren. Warte. Äh. Äh. Ich bleib mich nach dem Arschbett weg. Ehh. Ehh. Das war fies. Das war fies. Wie sieht ein Hogwarts... Leute, guckt euch mal Hogwarts von außen an. Wenn ihr mehr von Hogwarts sehen wollt, dann... Dann schreibt es in die Kommentare. Übrigens würde ich sagen, Tobi hat die Runde gewonnen. Ähm. Ich würde sagen... Leute, er hat es rausgelockt. Hehehe. Ich, ey. Ehh. 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 Wir haben den Sucher haben gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und äh. Vielen Dank an alle die dabei waren. Checkt auf jeden Fall auch die anderen ab. Oh, der Block wandelt in mich. Wuuu. Ehh. Ehh. Bis denn. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ehh. 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 Ehh.